Crazy, verrückt, irre, crazy, verrückt, irre, mir fallen keine Super-Lativen mehr ein. Ich werde auf die Tür. Weg, Rafa, was machen wir denn heute? Wir drehen. Wir drehen für Hijack heute im Mamosal Bad Ems. Ich glaube, gibt es auch der Pno? Der Pno gibt hier irgendwo. Lani, warum habt ihr euch denn so hübsch gemacht? Wir laufen halt so hoch. Ich laufe literally so hoch. Für mich ist gar nichts anderes. Das ist schwarz. Das ist grau und das ist auch nicht schwarz. Dann wollte ich meine schwarze Gitarre noch bitte nehmen. Da hinten ist der Spiegel. Schau, ob du es fühlst mich wirklich nicht. Am besten zieh deine Gitarre noch an und dann guck, ob es der Gitarre fällt. Weil sie alle overfinken. Ich sink's nicht over. Also es ist jetzt sehr dunkel, aber würde es gehen. Verstehe, wenn du noch einen Farbtwist reinbringen möchtest. Was sagst du denn, Sarah? Du bist eine Frau. Ich bin bei dir. Ich hab mir so einen Trendshop gekauft. Der ist super cool. Aber das Problem ist, dass wenn die Klammer nicht hin sind. Oh, wenn die Klammer nicht da sind und die auch gar nicht hingehören. Dann klappen diese Dinger. Ich hab jetzt natürlich mein Glätteisen dabei. Nee, ist nicht mein Glätteisen. Das ist Glätteisen von dir. Mit dir meine ich unsere Fotografin und Videografin und BTS-Frau und Frau für alles Sarah. Die Colorboard of Instagram. Jan, was machst du denn so? Ich bereite gerade schon mal die Kamera vor. Ein bisschen unplanen, weil das Objektiv, das ich eingeplant hatte, nicht weit genug ist. Damit geht dieser schöne große Raum ein bisschen verloren. Mit diesem prächtigen Mahlursaal aus dem Hut. Findet ihr das richtig kacke, wenn ich eine Pizza Hawaii bestelle? Absolut nicht. In dem Fall möchte ich nicht mehr mit dir zusammen arbeiten. Dann nehme ich einen Chicken. Wenn ich dir gleich mal zeigen, bauen wir das nächste Set schon vor. Das wird ein wehender Router vor. Ganz edel. Jetzt wird's fancy. Thorsten hat vorhin schon angekündigt. Ich hab keine Kostümen gescheut und hab roten Samt bestellt. Das kann echt sein. Eigentlich ist es nur Sarteng aus Plastik. Hallo Leute! Ich bin's! Mickey Maus! Oh Junge! Wir singen gleich doppelt so schnell! Das wird ein richtiger Spaß! Haha! Kleine Nacht kriegst du gerade eben. Ich sing den Part, den ihr gleich hören würdet. Doppelt so schnell! Kommt mit! Seid dabei! Wir spielen noch ein bisschen rum. Gleich kommt das letzte Set. Wir brauchen mal Band-Performance. Das ist geil, Alter! Du willst laufen, Timo? Timo! 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 Timo Hallo, wir sind hier gerade beim Garnier im Komo-Shooting. Es sieht ganz schön sexy aus. Es kommt schon böse und viele Leid auf den Weg. Körsten, wie war es heute? Fantastisch. Ein bisschen chaotisch. Ein plötzliches Ende. Weil nebenan Leute essen wollen. Und die haben keinen Bock, einen Song jedes Mal 15 Sekunden lang ein Stück zu hören. Und immer den gleichen über Stunden. Verständlicherweise. Aber trotzdem ein bisschen blöd. Wir hätten gerne noch ein paar Close-Ups gemacht. Vor einem Feuer. Aber ich glaube, Jan hat wieder massiv zu viel gutes Material. Und weiß eh nicht, was er rausschmeißen soll. Ich glaube, wir sind ganz gut versorgt. Wir sind das. tes I horn ias Fisher ahora this اس net os os res res an Send 配 de Ich bin jetzt von unserer Promise. Und unser neues Song Hijack ist jetzt raus. Let's f***ing go. Untertitelung des ZDF, 2020